Herzlich willkommen zum TSI-Wochen-Update. Wir beginnen wie immer mit einem kurzen Blick auf die Gesamtmärkte. Und heute habe ich Ihnen als erstes mitgebracht die Börse von Shanghai, also von China. Sie sehen hier den steilen Anstieg, den wir im Jahr 2014-2015 hatten und den dramatischen Abfall. Und jetzt sind wir aber weiterhin in einer sehr gesunden, soliden Aufwärtsbewegung, die auch im Moment weiter anhält. Techniker würden sagen, hier ist eigentlich ein prima Einstiegszeitpunkt mit kurzem Stop-Loss. Und solange die chinesische Börse läuft, sieht es eigentlich auch gut aus für den Rest der Welt. Also insgesamt hier ein schöner Verlauf der Börse von China. Ja, als zweites blicken wir nochmal auf ein Schwellenland und zwar Brasilien. Hier geht es in den letzten Monaten und eigentlich schon seit 2016 steil bergauf. Brasilien hatte ja in den ganzen letzten Jahren schwer zu kämpfen, wirtschaftlich angeschlagen. Es ging nicht wirklich voran. Und aber jetzt unter anderem der steigende Ölpreis, aber auch ansonsten ein Aufbäumen der Wirtschaft, signalisiert oder sieht man auch hier am Kurs des Bovespa. Und wenn die Schwellenländer gut laufen, ist es in aller Regel auch ein gutes Zeichen für die Märkte. Also hier zwei bullische Formationen von den Börsen in China und Brasilien. Ja, und was soll man sagen, auch der DAX sieht im mittelfristigen bis langfristigen Bild ziemlich gut aus. Kann man eigentlich nicht viel anders sagen. Wir sind im Aufwärtstrend drin. Nach wie vor im Moment zwar ganz wenig Bewegung, aber nach dem steilen Anstieg, den wir vor einigen Wochen hatten, ist das überhaupt gar kein Thema. Auch wenn hier jetzt ein Abfaller kommen würde, sogar auch deutlich unter die 11.000er Marke, würde das Gesamtbild doch ein positives bleiben. Die Börsenampel steigt aktuell auch sogar weiter und befindet sich aktuell bei einem Wert von 1,06. Insgesamt also die Vorzeichen grün und das heißt auch in der folgenden Woche darf man investiert bleiben in Aktien. Ja, und Sie sehen es bereits in der TC Wissensecke geht es heute um die Frage bzw. um die Aussage, diese Aktien muss man nicht haben gegenwärtig. Ja, wie kommt man da drauf, welche Aktien man denn tunlichst vielleicht nicht haben sollte in seinem Depot und aus welchen Gründen? Wir blicken dazu, wie fast immer, auf unseren altbekannten TSI-Wert. Und zuerst mal zeige ich Ihnen einen Backtest, der einmal die relativ starken Aktien mit den relativ schwachen bzw. sogar den relativ schwächsten vergleicht. Und hier sieht man das, was man eigentlich erwarten sollte. Die relativ starken Aktien outperformen den Gesamtmarkt auf die lange Sicht. Das ist die weiße Kurve oben. Und hier haben wir eine jährliche Rendite von 17%. Das sind also alle Aktien, die jeweils einen TSI-Wert von 90 oder mehr hatten und sind verkauft worden, wenn der TSI-Wert unter 50 gefallen ist. Dann in der Mitte das gelbe, die Kurve, das ist der DAX. Seit 1995 im Schnitt eine Rendite von 8%. Das entspricht auch dem ganz langfristigen Mittel. Und ganz unten die schwarze Kurve, das ist die, auf die es mir heute ankommt. Das sind die relativ schwächsten Aktien, also die mit TSI-Wert 10 oder niedriger. Man würde sie also kaufen, sobald der TSI-Wert unter 10 ist und verkaufen, wenn der TSI-Wert über 50 steigt. Und jetzt also als nächstes der Blick darauf, welche Aktien das denn gegenwärtig tatsächlich sind am deutschen Markt. Und zwar das aus dem HDAX und dem SDAX. Ja, und auf Platz 106, also vom HDAX gerechnet, gibt es 110 Plätze und der 106. Der nächste, der wird im Moment eingenommen von Stratec Biomedical. Das ist ein Systemhersteller für die Biotechnologie. Und wir blicken mal auf den Chart, dann sieht man auch schon, was hier am Argen ist. Wir hatten eigentlich doch einen halbwegs soliden, wenn auch sehr volatilen Aufwärtstrend seit 2014. Aber der ist jetzt im letzten Jahr gebrochen worden. Egal, ob man jetzt hier Linien einzeichnet, ob man den gleitenden Durchschnitt, hier die 200-Tage-Linie heranzieht, oder ob man es anhand des TSI-Werts, wie Sie unten sehen, betrachtet. Das Bild sieht nicht gut aus. Natürlich ist es möglich, dass so eine Aktie sich auch hier vielleicht einen Boden findet und nach oben wieder geht. Aber statistisch gesehen stehen hier die Chancen gegen den Anleger. Okay, kommen wir zu den nächsten Plätzen. Die Plätze 106 bis 109, einmal im Schnelldurchlauf. Da haben wir einmal die GEA Group aus dem MDAX. Nordex, den Windturbinenhersteller. Und RWE, den DAX-Wert. Im Moment ganz unten auf der TSI-Rangliste. Heißt also, wenn sich diese Aktie bei Ihnen im Depot befindet, überprüfen Sie doch nochmal, warum Sie so überzeugt davon sind. Und rein statistisch gesehen sind es auf jeden Fall nicht die Aktien, die man im Moment haben muss. Ganz und gar nicht. Ja, und sozusagen der erste bzw. letzte Platz aktuell und eigentlich schon seit Monaten ist bei SMA Solar. Auch hier blicken wir mal auf den Aktienkurs. Man sieht gerade bei Solarunternehmen, die haben ganz häufig starke Trends. Also beispielsweise hier im Jahr 2015. Dort ging es mit der Aktie steil nach oben. Und wir hatten hier auch längerfristig einen TSI-Wert von 100 gehabt. Also hier wäre es über Monate hinweg sehr, sehr angeraten gewesen, in diese Aktie investiert zu sein. Aber da, wo starke Trends nach oben bestehen, da gibt es häufig auch eben gerade starke Trends nach unten. Und wir sind gerade mittendrin in einem solchen Abwärtstrend. Das sehen Sie hier unten am TSI-Wert. Der liegt schon seit einigen, ich glaube seit fünf Monaten mittlerweile, ziemlich genau bei Null herum. Und im Moment gibt es da auch noch keine Besserung. Das heißt also aktuell aus technischer Sicht die Aktie von SMA Solar klar zu meiden. Ja, damit sind wir schon am Ende vom Wochenupdate angekommen. Einen Hinweis noch für Sie, wer in der Nähe von Dresden wohnt und Interesse hat, kann mich morgen sehen beim Börsentag in Dresden. Für alle anderen ist das nächste Wochenupdate am nächsten Freitag. Für alle anderen ist das nächste Wochenupdate am nächsten Freitag.